Freunde, zwei Artikel zu zwei Spielern von uns kamen raus. Zum einen Ehrendienst hier, vier Klubs, die mich interessiert. Und, ich zitiere, was wird aus Megatalent Fabio Chiarodia? Steht ihr vor dem Absprung? Über all das werden wir hier uns heute sprechen. Lehnt euch zurück und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Transfer-Update. Lasst gerne direkt zu Beginn des Videos nochmal ein Däumchen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da. Wir sind kurz vor den 19.100. Wir machen die nächsten Schritte zu den 20.000. Also, ihr könnt immer noch unter den ersten 20.000 dabei sein. Freut mich sehr. Kurze zwei Sachen noch. Dennis Avdijay. Da haben wir vorhin ein Video zu gemacht über den Kerl. Das findet ihr einfach das letzte Video im Prinzip. Dennis habe ich gerade gesagt. Donis Avdijay. Letztes Video auf diesem Kanal. Und, kurze Info noch, ein Riesentransfer-Update. Ich glaube, wir haben über zehn Namen gesprochen. Findet ihr auf unserem Bundesliga-Kanal Nive. Jetzt aber mit Dinchy und Chiarodia weiter. Und wir fangen mal an bei Ehren Dinchy. Wir wussten ja schon, in der Vergangenheit haben wir das Ganze schon mitbekommen gehabt, dass Ehren Dinchy verliehen werden soll. Das war klar. Bislang stand aber noch keiner so richtig im Raum. Ja, man hat mal gehört, Darmstadt soll wohl im Rennen sein. Angeblich sind jetzt vier Klubs im Rennen um Ehren Dinchy. Unter anderem der 1. FC Kaiserslautern, zu denen man ja sowieso, ich sag mal, zumindest mal Kontakt hatte über Nikolaj Rapp. Also, da schließt man sich zumindest ein bisschen kurz. Könnte Dinchy natürlich auch bei Rappo nachfragen, wie es dort eben gelaufen ist. Wie dort das Verhältnis ist. Dann wird der SC Paderborn mitgenannt. Könnte auch ein interessanter Kandidat sein, wenn man überlegt. Vielleicht tut man da auch direkt einen Gegentransfer mit in die Waage schmeißen. Ich glaube, dass der SC Paderborn auch den ein oder anderen interessanten Namen hätte. Zum einen ja auch vor allen Dingen Ron Schallenberg. Ist zwar eine völlig andere Position, aber es ist mit Sicherheit ein Spieler, den man, ich sag mal, zumindest mal auf dem Schirm hat. Und auch unter anderem interessant könnte ja sein Florian Muslia. Denn das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Kerl. Er ist 24 Jahre alt beim SC Paderborn, spielt im offensiven Mittelfeld, kann auch über beide Außenbahnen spielen. Und hat 16 Scorer in der vergangenen Saison gemacht. Also Paderborn wäre auch so ein Kandidat, wo man sagen könnte, okay, wenn wir Muslia kaufen und vielleicht Dinchy dorthin verleihen, vielleicht kann man da was machen. Als ein Beispiel, dann wird auch noch genannt Vitesse Arnheim. Von diesem Verein haben wir damals Rashica gekauft. Das heißt, auch da ist natürlich ein Kontakt gegeben. Und auch zum SV Darmstadt gab es ja damals bereits Kontakte. Ich glaube, letzter war Kleinheichler, oder? Oder gab es noch einen? Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Vielleicht fällt mir gerade auch einer nicht ein. Auf jeden Fall werden alles Klubs genannt, zu denen wir in irgendeiner Art und Weise im Kontakt standen oder stehen. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Was sagt ihr denn prinzipiell? Wo sollte man Dinchy hin verleihen? Zweite Liga, Erste Liga, Holländische Liga? Was seht ihr vielleicht am effektivsten auch für ihn, für seine Weiterentwicklung? Er ist 21 Jahre alt. Ich persönlich sage, da wo er am größten die Chance hat, Stammspieler zu sein. Also wenn ein Verein am ehesten ihm zuversichern kann, ey, bei uns wirst du nahezu oder eben Stammspieler werden, Stammspieler sein. Wenn natürlich auch die Leistung passt und alles zu so einem Klub, müssten wir Dinchy eigentlich abgeben. Also das wäre die Bahn, die ich auf jeden Fall mir für ihn selber wünschen würde. Um was ich auch hoffe, dass er Dinchy zu so einem Klub geht, wo er dann eben auch, wie gesagt, Stammspieler sein kann. Weil der Junge braucht eben unbedingt Spielpraxis. Das muss der oberste Punkt sein. Das ist ja ganz, ganz klar. Ja, dann haben wir natürlich noch ein zweites Thema und zwar Fabio Chiarodia. Wir wussten ja bereits, seine Ausstiegsklausel ist jetzt im Sommer noch da. Jetzt wird geschätzt, dass diese wohl auch wieder nur bis zum 15. Juni sein soll. Also so wie die auch von Marvin Dusch. Das wiederum heißt, in den nächsten zehn Tagen hätten wir da auf jeden Fall Klarheit. Und es kam jetzt ein Artikel von der Bild, der werde ich euch unten mal reinhauen, die auch darüber geschrieben hat, dass natürlich Ole Werner meist eher auf den erfahreneren Part setzt. Das ist auch vollkommen richtig. Das macht er. Und dass es deswegen auch eben vielleicht schwieriger wird für Fabio Chiarodia, der in Italien schon als künftiger Maldini so ein bisschen ja auch bezeichnet wird. Da wird er sehr, sehr gefeiert, ist ja auch italienischer U-Nationalspieler, wird jetzt auch bei der EM mit dabei sein. Ich glaube, im Juli ist die. Ja, U19 EM im Juli. Und da kann man Fabio Chiarodia dann auch nochmal sehen, könnte ja auch ein bisschen was für seinen Marktwert tun. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht nochmal mehr Interessenten anlocken. Ich glaube, dass er in Italien sowieso einen guten Ruf genießt. Natürlich auch immer so ein bisschen die Sache, was er möchte. Ich persönlich glaube, dass die 5. Liga, unsere 2. Mannschaft überhaupt keine, überhaupt gar keine Rolle mehr spielen dürfte. Also du kannst nicht über Spielpraxis ihn aufbauen in der 5. Liga zur 1. Bundesliga. Das ist, da ist der Abstand einfach viel zu groß. Entweder musst du ihn jetzt verleihen mit ihm in Absprache, wenn er sagt, ey, er fühlt sich in Bremen absolut wohl. Dann verlängern und verleihen, weil er hat ja nach dieser Saison nur noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, Vertragsrichtung musst du so oder so führen mit Fabio. Kannst ja nicht in den letzten Vertragslaufjahr in die nächste Saison gehen. Ja, das heißt, entweder verleihen für Spielpraxis, vielleicht auch in die 2. Liga im Umland, eventuell auch 3. Liga. Könnt ihr gerne auch mal interessante Namen reinschreiben, wo man sagt, da könnt ihr die nächsten Sprünge machen. Oder eben, wenn man ihn verkauft, dann gut, wird es die Ausstiegsklausel geben. Das hoffe ich aber nicht. Ich sehe ihn weiterhin in Zukunft auch bei uns. Ich sage, dass Keir Rodion eine große Zukunft noch bei Bremen haben kann. Er bringt dafür auf jeden Fall alles mit sich. Ja, auch muss man ganz klar sagen, hat diese Saison zwar nur 3 Einsätze gehabt, aber dennoch muss man ihn da ranführen. Und wenn man ihn in der Profimannschaft richtig ranführen will, muss er der erste Kandidat sein für, wenn jemand verletzt ist oder ausfällt. Also, dann darf nicht Veljkovic sozusagen ab der Kandidat Nummer 4 sein, nach Friedel, Stark und Pieper, sondern dann muss eben Keir Rodion kommen. Das ist meine Meinung, um den Spieler richtig aufzubauen bei den Profis. Andernfalls eben wirklich sonst verleihen. Wie gesagt, das ist ein 18-Jähriger, muss man auch immer noch sagen. Heute geworden. 18 Jahre heute geworden. Der hat noch so eine Zukunft vor sich. Ich würde es natürlich extrem schade finden, wenn er uns im Sommer jetzt verlässt, aufgrund von wenigen Einsatzzeiten, Ausschichtsklausel und so weiter. Das darf uns einfach nicht passieren. Das wäre abgrundtief das Schlechteste, was jetzt da wäre. Best-Case-Szenario wäre, glaube ich, für Fabio Kiarodia, weil ich nicht glaube, dass er genügend Einsatzzeiten bekommt bei uns in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga. Dass man wirklich seinen Vertrag verlängert. Vielleicht um direkt zwei weitere Jahre bis 2.26 ausbaut und ihn dann eben vielleicht in die zweite oder dritte Liga verleiht für ein Jahr erst mal. Dann kommt er mit 19 Jahren zu uns zurück und vielleicht mit einer breiten Brust und dann kann man das machen. Sonst, wenn man ihn so sieht, dass man sagt, ey, der wird auch bei uns im Profikader eine größere Rolle spielen, dann natürlich auch gerne da. So, das war es auch schon wieder. Was sagt ihr zu diesen zwei Transfer-Themen, Ehren-Dinchi, welchen Verein von den vieren, die jetzt im Raum sind, würdet ihr am ehesten für Dinchi sehen? Und wo, sagt ihr, ist die größte Weiterentwicklung auch irgendwo da? Und vor allen Dingen, was sagt ihr bei Fabio Kiarodia? Was sollte man machen? Verkaufen per Kaufoption, per Ausstiegsklausel, verlängern und verleihen? Oder verlängern, muss er dann trotzdem verlängern und in der Pro-Vikader aufbauen? Wo seht ihr ihn in der kommenden Saison? Wo seht ihr Kiarodias größte Zukunft? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Däumchen da oben da, lasst ein Abo da. Und, wie gesagt, checkt mal die Links in der Videobeschreibung ab. Ja, dann würde ich sagen, bin ich raus. Euer Nico und ciao.